Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starboard mit mir eurem Master auf und den Moff hier. Haha, das bin ja echt echt, also muss ich ganz sagen. Jedenfalls ist das Spiel vorhin abgestürzt und darum sind wir mal wieder hier. Aber, wir gehen weiter natürlich. Und wir suchen Cobblestone, welches das hier wahrscheinlich ist. Gleich am Anfang hatten wir welches, das ist sehr gut. Oh ja, eine Spitzsacke wäre auch toll. Na egal, haben wir gerade nicht. Da brauchen wir auch Stein. Also bauen wir jetzt natürlich hier ab. Sonst können wir auch nichts machen. Ne, das doch. Und Pflanzen haben wir bekommen. Die sind da drauf, deswegen. Ja, wir zerstören einfach mal alles. Hey, los, los, los. Oh, das dauert ewig. Aber ich brauch sehr viel Stein. Also, so. Da geht's schneller, wenn ich den 4x4-Block nutze, oder? Oh, Mensch. Steinchen für Steinchen bauen wir die Welt ab. Jo, und um was Neues zu bauen. Genau. Alles klar, vergierig. Wir zerstören die Umwelt. Für unsere eigenen Zwecke. Jo. Na egal. Soll nicht mein Bier sein. Es ist einfach, wie's es ist. Genau. So. Na, na, na. Schön abbauen hier. Mist, der. Hopp, 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 hopp. Und, 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 und. Noch mehr Steinchen. Bloßpflanzen, die ich hier bekomme. Das ist eine sehr schöne Sache. Blaue und rote. Alles in verschiedensten Farben. So, wir haben schon einiges abgebaut, oder? Hm. Na egal, wir bauen noch mehr ab. Und dann müssen wir uns wieder zu unserem Haus kämpfen. Ja. Das ist natürlich... Wir haben ein Haus vielleicht auch näher... ...heranbauen sollen. Aber ich wusste ja nicht, dass da so viele Gegner herankommen können. Wahrlich nicht. Das wusste ich nicht. Aber egal, so ist das eben. Wir bauen hier also weiter ab. So. Ja. Auf jeden Fall ist das Spiel ganz cool bisher. Mir hat es bisher gefallen. Ich habe auch ziemlich viel Zeit versenkt wollen. Oh, ich habe nämlich nicht mal auf die Zeit geachtet. Das passiert immer sehr selten. Ja. Aber okay, diesmal habe ich die Zeit im Blick. Oh, hier. Genau. Jo. Alles bekommen, ne? Ja, in meiner Gier. Oder Begierde. Oh, Mensch. Ja, Steine haken ist keine sehr schöne Aufgabe. Hätte ich ein paar Sklaven, würde ich dieses Jahr machen lassen. Aber leider nicht. Das tut mir sehr leid. So. Wie viele Steine haben wir danach? Danach kann ich nämlich, glaube ich, schauen. Braucht ihr so 20 oder 30 Steinchen. Los. Mach hinne. Vöglein. Du bist der Muff. Oh ja. Hopp, hopp. Und bekommt. Sehr schön. So, müssen wir schauen. Da, wir haben 36. Das sollte reichen. Okay. Der ist runtergefallen. Tja. Bin ich bereit, dir daraus zu helfen. Stirbt ihr, Idioten. Haha. Okay. Wir sind auf jeden Fall sehr gute Killer. Wie es aussieht. Wir sind Killer-Birdo. Oh Mensch, was soll das? Scheitschleim. Tut mir leid. Ja. Schleim kommt. Was ist das Ei eigentlich? Ja, ja. Ich habe Schaden bekommen. So, das bauen wir auch ab. Das war... Federgrauen-Seed. Das sieht auch merkwürdiger aus. Äh, Dirtblocken oder was? Ein Kobbelsturm war das wieder. Aber irgendwie... Oh, oh, oh. Haha. Das sind die Viecher. Oh, oh. Hier müssen wir mal aufpassen. Okay. Hier haben wir Fleisch bekommen. Genau. Oh, meiner friert langsam, hä? Oh, wegen der Kälte. Die hier gerade so... Da, in der Nähe meines Feuers. Oh, jetzt sage ich mich in die Tür. Passiert mir aber nichts mehr. Okay. Kobbelstone-Prick. Brauche ich die? Dafür brauchte man... Pixels. Ah, dafür brauchen wir 300 Pixel. Okay. Da war das Stone-Fund. Jetzt brauchen wir auch noch ein Camp-Feuer. Das Kraften hier nochmal kurz. Wo kann man wieder das bauen? Hey, wo ist mein Camp-Feuer? Da ist Torch. Da ist ein Camp-Feuer. Kraften wir. Okay. Geht auch hier mit. Wo war das? Stone-Picker ist. Da. Useful für Crafting. Okay, aber wo bauen wir das hin? Ah, awesome. Ist, also... Wow. Wunderbar. Mega. Großartig, genau. Jetzt aber Zeit, wir bleiben. Es wird Zeit, dass wir mit Feuer spielen. Zunächst, was wir brauchen, ist, dass du einige an guter Rüstung bekommst. Äh, mit Metall zu arbeiten benötigt ein... Ähm, ja... Weiß grad nicht, wie es heißt. Dieses dumme Ding, wo man draufklopft. Äh, fällt mir grad nicht an der Name. Aber bevor wir... Äh, bauen können, brauchst du... Äh, ein bisschen geschmolzenen Iron mit... Also Metall... Ohre. Äh, bekommt zweimal... Metall-Ohre... Und tust ihm vor nichts schmelzen. Zwei mal ein Iron-Bar. Okay. Hm. Ich schätze, wir bauen jetzt hier meinen Zweinstock. Jo, bauen wir. Jetzt brauche ich mein Zeugs hier. Hier. Aber davon haben wir nicht mehr viele. Vier nur noch. Äh, sechs. Okay. Das war's, was er nicht gut platziert. Jo, bauen wir ab. Genau, und bauen jetzt Neues. Ähm, was ist das? Planks. Habe ich kaum noch... Sag mal nicht, dass ich kaum noch Feuer-Dings hab. Äh, ja, ich hab schon mal... Doch, 91, aber ich... Das steht, weil man... Wie viel kann ich denn bauen? Nur drei, hä? Noch 91. Na gut. Wir bauen mal 50 neue. Okay. Und dann haben wir jetzt 154. Ja. Das wollte ich. So, die Tür braucht immer... ...ein bisschen... Wir bauen uns eine Tür am besten, genau. Hopp. Ohne eine Tür geht der Nix da oben. Ich brauch wieder zwei Türen. Nein, das wollte ich nicht. Ich will nicht schlafen. Ich will eine Tür bauen. Wo finden wir hier eine Tür? Unten irgendwo da. Wooten Tape. Nee, Tisch. Support haben wir unten. Achso, sowas geht auch. Für was? Weiß ich nicht. Da die Tür. Zwei Wette. Sehr schön. So. Immer schön Türen schließen. Ah, ich packe mir mal hier wen. Okay. Kann ich nicht hinbauen? Na gut, dann brauchen wir Vorschern bauen. Glötze. Na ja. Dann machen wir Klötzchenarbeit. Ah, so war eine Tür, oder? Eins. Also so groß circa. Ja. Also so. So. Und so. Also müssen wir hier hinbauen. Kann ich nicht. Wieso? Also hier kann ich bauen. Hier nicht. Ähm. Keine Ahnung, was das soll. Wieso ich hier kein Dings bauen kann. Jedenfalls ist das sehr schade. Ich bin hier. Tut mir leid. Du hast hier nichts zu suchen. So. Was machen wir also? Vielleicht brauchen wir dafür diese Hilfe, die wir mal gebaut haben. Ähm. Wo haben wir die? Ach so, das ist ein... Ach so, das ist ein... Das weiß ich, was Fences. Haha. Okay. Zaun. Natürlich. Oh. Was haben wir hier alles? Chest haben wir. Ja. Blanks. Blanks. Kann ich das auch drehen irgendwie? Scheinbar nicht. Oh, ich kann mich ducken. Wusste ich gar nicht. Okay, das bringt mir gar nichts. Aber dann, keine Ahnung, was ich machen soll. Um hier eine zweite Etage zu bauen. Scheinbar nichts. Ich möchte aber gerne was bauen. Ja, ich möchte gerne, aber es geht nicht. Okay. Dann gehen wir mal. Bauen wir hier jetzt mal in Hoh auf sechs. Hey, auf sechs. Mann, Mann, Mann. So, bauen wir uns hier mal so ein bisschen ein. Genau. Aber wie es aussieht, müssen wir es ja dann offen lassen. Egal, welch bau ich hier jetzt einfach ein. So. Jetzt probieren wir nochmal hier eine Tür reinzubauen. Geht nicht. Nein, geht nicht. Okay. Dann, ein bisschen der Wohle über das hier abbauen. Ja. Bietet uns, naja, immerhin ein bisschen Schutz. Oder? So. Weil ich kann hier unmöglich irgendwas hinbauen. Geht nicht. Wir bauen das noch ab. Oh. Hopp, hopp, hopp. Genau. Doch, jetzt kann ich bauen. Sehr schön. Wieso nicht gleich, hä? Okay. So. Da haben wir uns doch eine zweite Etage gebaut. Das ist sehr schön. Und hopp, hopp, hopp. Türen sind voll groß. Ohne Verlust können wir das zum Glück wieder abbauen. Also stört das nicht unbedingt. So. Genau. Das hier wollen wir nur abbauen. Kommt, 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 kommt. Kommt. Sehr schön. Oh, ich friere langsam wieder. Bin wohl nicht nah genug hier. So, da haben wir unsere Türen gebaut. Wir könnten mal Torches bauen. Brauche ich aber Kohlohre. Na gut. So, mein Vornex wollte ich auf jeden Fall jetzt hinpacken. Dafür ist es ja hier gebaut worden. So. Das ist ziemlich groß. Okay, was brauche ich jetzt? Metall, was hier einschmelzt, nicht wahr? Ah, Eisenmetall. Okay. So. So geht das hier. Meine behelfsmäßige Hütte. Ach so, wir sollten erst mal im Inventar schauen, ob wir Eisenmetall haben. Weil Iron hatte ich mal bekommen. Da haben wir zufällig, okay. So. Genau. Dann will ich mal Eisen schmelzen. Wo haben wir das hier? Schmelzen wir mal. Tada. Okay. So. Nehmen wir unser Metall entgegen. Danke. Gute, gute Arbeit. Du benötigst eine ganze Menge von Eisenmetallstangen, keine Ahnung, Metallriegel, um ein Anvil zu bauen. Einen, dessen Namen ich vergessen habe. Naja. Äh, your ship's engine isn't jetzt so. Also dein, der Motor deines Schiffs ist nicht, ist nicht stark genug, um dich hinter dem Alpha-Sektor mitzunehmen. Ähm, baue ein Distress Bacon, und vielleicht ist es so möglich, seinen Kontakt mit einem größeren Schiff aufnehmen zu können. Geh sicher, dass du für alles bereit bist, bevor du so weit gehst oder so. Na gut. Wir brauchen jetzt was, wir gehen weiter runter. Okay. So. Komm her. Was wollte ich jetzt bauen? Achso, nein. Ein, irgendwas. Das tolle, dessen Namen ich auf Deutsch gerade vergessen habe. Da, hier, den. Ich weiß nicht, wieso ich es vergessen habe, aber wir brauchen deutlich mehr Metall. Okay. Sache ist, wo finde ich Metall? Habe ich letztes Mal per Glück gefunden. Und, wir sind doch noch mitten in der Nacht hier. So, hier ist irgendwas. Aber das ist wahrscheinlich wieder Steinchen. Oh, und die Zeit ist auch wieder gleich vorbei. Oh, Mensch. Ja, Cobblestone nur. Oh, da ist noch irgendwas hier. Das will ich haben. Schauen wir also mal, ob wir hier noch mehr Metall finden. Oder was auch immer das sein soll. Cobblestone, ja, ich weiß. Und? Müssen wir hier noch abbauen. Wow. Oh, verdammt dunkel. Und ich weiß nicht, ob ich so langsam mal friere. Oder sterbe. Das war nur ein Dirtblock. Wow. Hm. Hier geht es weiter runter. Und hier ist Wasser. Ich glaube, ich könnte ja stinken, oder? Hm. Naja. Ah, ich kann hier... ...den See etwas erweitern. Aber das kriegt mir ja gerade nichts, oder? Ne, ich sehe gar nichts. Okay, wir lassen das erstmal. Tief hinunter kann mich nicht bewegen. Nicht in deiner Dunkelheit. Hier ist was. Und das möchte ich haben. Jo. Okay, also hier friere ich aber scheinbar nicht. Das ist auch sehr nützlich. So, das war aber nicht wieder einfach nur Cobblestone hier. Natürlich. Cobblestone haben wir hier vieles. Oh, oh, bevor ich hier ersticke. Oh, oh, oh. Okay. Stirb. Oh. Jetzt verrecke ich hier. Okay, wir gehen in mein Haus lieber. WTF. Okay, ich bin gestorben. In meinem Haus. Ja, okay. Damit werden wir diesen Part... Äh, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich auf die Suche nach Metall begebe. Bis dann, alles Gute, viel Spaß. Und ciao. Bis dann, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.